Ja, hallo. Wir freuen uns ganz sehr auf den diesjährigen Tag des offenen Denkmals, denn da wird Weißenfels wieder zur Schuhstadt wiedererweckt. Wir haben das große Glück, dass wir Kobi Lewy, den Schuhdesigner aus Israel, hier zu Gast haben, der an zwei Tagen seine Werke präsentiert und auch in die Geheimnisse seines Schuhdesigns einweihen wird. Das heißt, man kann auch mit ihm zusammenarbeiten, diskutieren, seine Werke bewundern. Am 7. September, das ist der Samstag, findet das für Fachpublikum statt. Das heißt, bitte meldet euch bei uns im Museum an. Ja, die Plätze sind dafür auch beschränkt. Also wir würden uns wirklich über eine zeitnahe Anmeldung freuen. Ja, und direkt an dem Sonntag ist unser Haus geöffnet für alle, die sich dafür interessieren und einfach mal in die Welt des Schuhdesigns einspüren, sich einspüren wollen, einschnuppern wollen. Also meldet euch bei uns im Museum hier und wir freuen uns auf euch.